Heute für euch, der echte Grund, warum Elbis Dumbledore den Verfluchten Ring anlegte. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir besprechen, warum Elbis Dumbledore, einer der bekanntesten und außergewöhnlichsten Zauberer seiner Zeit, den Verfluchten Ring von Lord Voldemort anlegte, was letztendlich zu seinem Tod führen sollte. Beginnen wir mit Dumbledores Erklärungen, wie er schließlich den Ring anlegte. Er fand ihn im Stammsitz der Familie Gaunt, in der Nähe von Little Hengleton. Der Ring gehörte Marvolo Gaunt, einem reinbütigen Zauberer und Nachkommen von Salazar Slytherin, dessen Familienmitglieder der unantastbaren 28 war. Nach allem, was man hört, war es keine besonders angenehme Familie. Aber wie dem auch sei, Elbis Dumbledore war auf der Jagd nach Voldemorts Horcruxen und als er diesen Ring sah, sagte er sofort, er wisse, dass es darin ein Heiligtum des Todes gäbe und dass er den Stein der Auferstehung schon immer begehrt habe. Natürlich war Dumbledore sich zweifellos bewusst, dass der Ring verflucht war, da er wusste, dass er von Voldemort in ein Horcrux verwandelt worden war. Er behauptet jedoch, dass er in seiner Aufregung darüber, den Stein endlich wiedergefunden zu haben, ganz vergessen hatte, wie äußerst gefährlich dieser Gegenstand war, wie er Harry nach seinem Tod erklärt, während die beiden sich in der Vorhölle treffen. Nach einer weiteren kurzen Pause sagte Harry, du hast versucht, den Stein der Auferstehung zu benutzen, Dumbledore nickte. Als ich ihn nach all den Jahren entdeckte, vergraben in dem verlassenen Haus der Gaunts, das Heiligtum, nach dem ich mich am meisten gesehnt hatte, obwohl ich es mir in meiner Jugend aus ganz anderen Gründen vorgestellt hatte, verlor ich den klaren Verstand, Harry. Ich hatte völlig vergessen, dass es jetzt ein Horcrux war und dass der Ring sicherlich einen Fluch tragen würde. Ich nahm ihn in die Hand und steckte ihn an und für einen Moment stellte ich mir vor, gleichzeitig Ariana, meine Mutter und meinen Vater zu sehen und ihnen zu sagen, wie sehr es mir leid tut. Aber jetzt mal ehrlich, sollen wir wirklich glauben, dass einer der größten Zauberer aller Zeiten einfach den Verstand verlor und unglücklicherweise einen verfluchten Ring anlegte? Einen Ring, den er suchte, weil es ein Horcrux war und dann hat er vergessen, dass es ein Horcrux war? Das erscheint mir einfach nicht plausibel. Wie konnte Dumbledore wirklich so sehr den Verstand verlieren, dass er den Ring an seinen Finger steckte? Ich kann nachvollziehen, dass man sich selbst vergisst, wenn man den Gegenstand sieht, nach dem man sein ganzes Leben lang gesucht hat, was für Dumbledore natürlich eine beträchtliche Zeit war. Aber ihn zu sehen, in ihm die Hand zu nehmen und ihn anzulegen? Ich verstehe einfach nicht, wie er derart außer sich sein konnte, dass er den Ring tatsächlich trug. Ich denke, dieser Punkt wird durch die Erinnerungen, die Snape mit Harry teilt, noch verdeutlicht vor seinem Tod. Besonders in der Szene, in der Severus Dumbledore hilft, die Auswirkungen des Ringfluches zu stoppen. Warum, sagte Snape ohne Umschweife, warum hast du diesen Ring angelegt? Er ist mit einem Fluch belegt, das ist dir doch sicher klar. Warum hast du ihn überhaupt angefasst? Snape blickte auf den Ring von Marvolo Gaunt, der auf dem Schreibtisch vor Dumbledore lag. Er war zerbrochen, neben ihm lag das Schwert von Gryffindor. Wenn sie mich nur etwas früher gerufen hätten, hätte ich vielleicht mehr tun können, ihnen mehr Zeit verschaffen können, sagte Snape wütend. Er kam direkt zur Sache. Warum hatte Dumbledore ihn nicht früher herbeigerufen? Man könnte argumentieren, dass er durch die Wirkung des verfluchten Ringes im Delirium war. Er hatte Schmerzen und war nicht in der Lage zu erkennen, was er tun musste, um sich selbst zu retten. Aber wie gesagt, Dumbledore war ein außergewöhnlicher Zauberer. Einer, der in der Lage war, Gellert Grindelwald zu besiegen. Und er war auf dem besten Weg, die Quelle der dunklen Magie zu untergraben, die hinter Voldemorts Unsterblichkeit stand. Dumbledore war über allemaßen mächtig und er war intelligent. Er hätte sicher bemerkt, dass er Hilfe brauchte. Nun gut, vielleicht wollte er nicht, dass Severus erfuhr, dass der Ring ein Horcrux war, also musste er ihn mit dem Schwert von Gryffindor zerstören. Aber das zeigt nur, dass er geistig gesund war, um seinen Plan auszuführen, nachdem er den Ring angelegt hatte und vom Fluch betroffen war. Die Frage bleibt also bestehen. Wenn Dumbledore wusste, was er tat, als er den Horcrux anlegte und die Wirkung lange genug einwirken ließ, um schließlich zu seinem Tod zu führen, warum hat er dann diesen verdammten Ring überhaupt angelegt? Man könnte argumentieren, dass er es tat, um Draco Malfoys Leben zu retten und Snape weiter in den inneren Kreis von Lord Voldemorts Todessern zu drängen. Schließlich ist es eines der ersten Dinge, die er zu Severus sagt, nachdem er anerkannt hat, dass die Auswirkungen des Fluches unheilbar sind. Nun, das macht die Sache wirklich viel einfacher. Den Plan, den Lord Voldemort um mich herum schmiedet. Seinen Plan, den armen Malfoy-Jungen zu benutzen, um mich ermorden zu lassen. Aber meiner Meinung nach ist das ein zu geringer Gewinn, um sein eigenes Leben zu opfern. Also jetzt nichts gegen Draco oder Severus Snape. Vielleicht fühlte sich Dumbledore also schuldig, weil er Harry als Mentor betreut hatte, nur um ihn sterben zu lassen, damit er Voldemort besiegen konnte. Nachdem er Harry kennengelernt und sich um ihn gekümmert hatte und als sie sich am Ende ihrer Reise zur Überwindung des Dunklen Lords näherten und Harrys unvermeidliche Selbstaufopferung näher kam, hatte Dumbledore vielleicht das Gefühl, dass auch er ein Opfer bringen sollte im Namen des großen Ganzen. Aber auch hier scheint der Gewinn, den er aus dieser Selbstaufopferung zieht, zu unbedeutend, zumindest für mich, als dass dies der echte Grund sein könnte, warum er den Ring wirklich anlegte. Das bringt uns zu der Theorie, die ich gefunden habe und die meiner Meinung nach am meisten Sinn macht, warum Dumbledore den Ring anlegte. Ich denke, dass er nach all den Jahren den Verlust seiner Eltern und seiner Schwester betrauerte und sich schrecklich schuldig fühlte für die Rolle, die er bei ihrem Tod spielte. Er war bereit, selbst den Tod ins Auge zu sehen und sich ihm im Jenseits anzuschließen, um Wiedergutmachung zu leisten. Natürlich konnte man Dumbledore kaum die Schuld am Tod seines Vaters Percival Dumbledore geben, der in Azkaban starb, weil er eine Gruppe von jungen Muggeln angegriffen hatte. Percival verfolgte die Muggel erst, nachdem sie Ariana so traumatisiert hatten, dass sie ihre Magie unterdrückte und selbst gefährlich wurde. Man könnte also sagen, dass wenn Albus in der Nähe gewesen wäre, um seine Schwester vor diesem Angriff zu schützen, sein Vater vielleicht nie ins Gefängnis gegangen wäre und seine Schwester vielleicht eine normale Hexe geworden wäre. Ich glaube wirklich, dass er gewisse Schuldgefühle hatte, weil er nicht da war, als Ariana die Kontrolle über ihre Magie verlor und versehentlich ihre Mutter tötete. Und dann fühlte er sich definitiv für Arianas Tod verantwortlich, der das direkte Ergebnis eines Streites war, der in einem Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald als junge Männer mündete. Aber auch Aberforth Dumbledore war beteiligt. Obwohl er sich nie ganz sicher war, wer den Zauber gesprochen hatte, der sie tötete, fühlte er sich auf jeden Fall zutiefst schuldig für die Rolle, die er bei ihrem Tod spielte. Hätte er vorsichtiger in der Nähe seiner Familie sein sollen oder sich nicht so sehr auf die Suche nach den Heiligtümern des Todes um den Verlust seiner Freiheit konzentrieren sollen, hätte er diese Tragödie vielleicht verhindern können. Also, als er nach all den Jahren endlich dem einzigen magischen Gegenstand gegenüberstand, der ihn mit seinen Lieben wiedervereinen könnte, will er uns tatsächlich glauben machen, dass er den Kopf verloren und den Ring angelegt hat, nur um sie ein letztes Mal zu sehen. Aber ich glaube, was wirklich passiert ist, war, dass er den Stein der Auferstehung im Ring als Horkrux erkannte, bedauerte, was für ein egoistischer und selbstsüchtiger Nahehr gewesen war und dann in einem Anflug von poetischer Gerechtigkeit beschloss, den verfluchten Ring anzulegen, damit er sich im Jenseits seiner Familie anschließen und im Tod Vergebung finden konnte. Vielleicht wurde ihm nach dem Anlegen des Rings klar, dass er etwas mehr erreichen und davon profitieren könnte, dass er sozusagen unheilbar krank ist. Also tat er das einzige in seiner Situation Logische. Bevor der Fluch ihn überwältigte, zerstörte er den Horkrux und rief Severus Snape herbei. Von da an konnte er mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er konnte seinen verlängerten Tod nutzen, um Malfoy zu retten, Snape weiterhin in Voldemorts Gunst bringen, Harry zu helfen, einen weiteren Horkrux zu finden und sich schließlich wieder mit seinen verstorbenen Lieben vereinen. Der letzte Grund ist sein einziger wahrer Beweggrund, den verfluchten Ring von Marble Gaunt anzulegen. Und das war's auch schon mit dem heutigen Video. Was haltet ihr davon? Bist du mit der Theorie einverstanden oder denkst du, es gab einen anderen Grund oder war er einfach nur unvorsichtig? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und einen Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. случ voir's G Wilson Das ist verstanden. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020